Musik Elisabeth II. feiert ihren 96. Geburtstag auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham. Die Königin fliegt an ihrem Ehrentag mit dem Helikopter dorthin. Das meldet die britische Nachrichtenagentur PA. Ihren Geburtstag, den 21. April, verbringt die Queen üblicherweise im privaten Kreis. Öffentlich wird der Tag lediglich mit Kanonenschüssen gewürdigt. Dem PA-Bericht zur Folge soll die Queen ihre Zeit nahe der Küste auf der schlichten Wood Farm in Sandringham verbringen, die insbesondere ihr im vergangenen Jahr verstorbener Ehemann Prinz Philip besonders geliebt hat. Familie und Freunde werden in den nächsten Tagen zu Besuch erwartet. Die lebenslange Begeisterung der Queen für Pferde spielt auch an ihrem Geburtstag eine Rolle. Das Königshaus veröffentlicht am Donnerstag in den sozialen Medien ein Foto der Queen im langen grünen Mantel, wie sie zwischen zwei ihrer schneeweißen Ponys steht. Glückwünsche kommen unter anderem von Thronfolger Prinz Charles und seiner Frau Camilla. Wir wünschen ihrer Majestät der Königin einen ganz besonderen 96. Geburtstag heute in dem Jahr, in dem wir ihr Platin-Jubiläum feiern dürfen, heißt es auf dem Twitter-Account des Paares. Der Barbie-Hersteller Mattel bringt zum Geburtstag der Königin eine Queen Barbie mit Diadem und eleganter Robe heraus, die in Kaufhäusern wie Harrods erhältlich sein soll. Im Onlineshop wird sie Donnerstag früh bereits als ausverkauft angezeigt. Größere Feierlichkeiten und die traditionelle Trooping-the-Colors-Parade stehen erst Anfang Juni an. Mit einem viertägigen Programm soll dann nicht nur der Geburtstag, sondern vor allem das 70-jährige Thronjubiläum der Monarchin in diesem Jahr zelebriert werden. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020